Kinder, heute, liebe Kinder, lernen wir, was dein Projektplacement ist. Die Firma Kinder gibt uns ganz viel Geld dafür, dass wir das jetzt zeigen. Vielen Dank, Kinder, dass dieses Pingu-I, das schmeckt so lecker. Willkommen im Jahr! Gestern und neue Folge Minecraft Hero Die Sonne geht langsam auf, ein schönerer Anblick als du. Das kann ich nur zurückgeben, das Kompliment. Danke, der ungespielt. Wenn man den schon mal von der Seite gesehen hat, dann weiß man auch, wo die Sonne aufgeht oder unter. Ja, was, eins von beiden, ne? Du suchst jetzt ein, ähm... Ich filme jetzt in der... Also danke, dass du wieder dabei bist, Simon. Ja. In der heutigen... Da ist ein Vulkan abgestürzt, es geht zurück. Ist mir scheißegal. Aber das ist gerade am Glühen. Warte, kannst du vielleicht was cooles finden? So, what, I don't care. Okay, aber da gibt es vielleicht noch richtig Schätze drunter, immer so. Doch, manche Vulkan haben Schätze. Ja, bei dem hier nicht. Doch, geh mal unter die Erde da. Du hast mir schon mal gesagt, weißt du, was ich denn gefunden habe? Redstone. Nee, geh mal da drunter. Grab ich mal da. Oh nein, jetzt hab ich alles eingesammelt. Dann nicht. Boah. Nee, hat der auch nicht. Das war auch der falsche Vulkan. Falsche Vulkan. Boah. Guck mal, jetzt hab ich noch mein Aluminium hier drin. Hättest du mal das Mikrofon so ein bisschen mehr nach hier gemacht, dann könnt man mich auch besser hören. Aber nein. Bitte sehr. Du hättest du noch ein bisschen rausziehen können. Ich hab das hier schon ein bisschen, aber von Firma. Ja. So, meine lieben Jongens. So sieht es nämlich aus. Du sprichst ja im Allgemeinen viel leiser. Ja, weil ich krank bin. Weil ich krank bin. Ich bin ein armer, krank Miet. Das glaube ich nicht. Und in die Richtung gehst du jetzt erkunden. Ja, glaubst du, das ist gut, wenn ich einfach so fliege? Kostet halt natürlich Flugstab. Ja, ich denke mir so, Jolle, weißt du? Da ist ein Turm, der in euch. Alter, da sind noch Türme, das heißt, da war doch keiner. Hä, sicher? Ja, sonst wäre da oben doch, da oben ist noch der Boss. Ja, vielleicht. Ne, der ist auch weg. Doch, der ist da. Wo? Hä? Der ist echt weg. Guck mal, wie ist da so, dieses schwarze Ding da? Aber es sind 22 Emeralds für deinen Königreich als Schatz. Emeralds sind mir scheißegal, ich nehme die nur mit, um irgendwas mitgenommen zu haben. Hallo? Ne, sind alle schon weg, okay. Okay, aber der Boss ist nicht gestorben davon, deswegen ist es noch mehr Emeralds. Aber egal, dann gehe weiter, bevor du dich hier auffällst, wo Leute schon waren. In welche Richtung? Ja, drück auf die Karte, dann weißt du, wo du herkommst. Guck mal, hier war ich schon mal. Gut. So, ich gehe jetzt in die Richtung. Ich will ja so Piratenschiffe machen, weißt du? Oh, das ist noch ein Turm, geh mal da hoch. Weil weißt du, was an Piratenschiffen toll ist? Äh, Elektro-Dissensen, die hoch. Richtig. Und was will ich? Elektro-Dissensen, die kenne ich jetzt schon mal. Das ist noch ein Lieb. Oh mein Gott, das war dumm. Ich wollte erst mal kurz checken, warum der so schnell leer geht. Hast du Rückstoß auf deinen Bogen? Hast du Rückstoß auf deinen Bogen? Äh, ne, ich glaube nicht. Oder wenn auch nur ein bisschen. Geh doch einfach gucken. Aber ich würde den Rück runterstoßen, würde ich ihn. Ne, ich mach lieber so. Ey, du Spasti! Oh mein Gott. Der soll nur nicht auf die Kiste schießen. Ansonsten ist mir alles egal. Ja, wenn der jetzt kaputt geht, dann geht der Turm noch kaputt. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen dumm alles gelaufen. Oh mein Gott, ist der jetzt schon kaputt gegangen? Ja. Alter. Dehner. Mann! Hallo, du, die ganz anderen Sachen. Wollte ich nicht. Immer drei wertvolle Stockwerke. Egal. Gehst du mal nächsten Turm? Mach ich auch. Richtig krass, dass die Gelben hier so wenig ausgeplandert haben. Ja, ich sag dir, die Gelben haben nur gebaut die ganze Zeit, glaube ich. Darum war das ja meine Idee. Jetzt kick ihn runter. Ja, wie denn? Du hast keinen Rückstoß drauf. Ja, eben, siehst du? Ja, dann, ähm... Ja? Dann bring ihn zum Rand vom Turm. Ja, aber wie mach ich das denn? Ja, dass der so zum Rand geht vom Turm. Komm her! Au! Und dann boxe ihn runter. Also mit einem Schwert. Jetzt runter, boxen! Boxen runter, ja, 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 boxen! Boxen runter, boxen runter! Das Ding ist der Stimmt. Doch, nein, ja, 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 gut. Ja! Gut gemacht. Ich hab's nur ausblündert. Lecker schmecker. Noch so ein Schwert. Oh nein! Hör doch auf! Oh komm! Sei nicht so! Warte, nimm mal die wertvolle Sachen raus. Und Diamanten. Hm. Immers. Oh ja, nett. Und, äh, eine Etage tiefer. Und noch gibt's doch auch noch was Gutes. We'll see. Es gibt mindestens immer so zwei, drei Etagen gute Sachen. Hallo! Hallo! Oh mein Gott. Irgendjemand hat mich von hinten geschlagen. Oh man, Dehner. Ja, die sind... Oh, diese Schwasten da. Sind doch alle doof. Tschui! So. Guck mal, Magic Sensen. Sehr gut. Oh, nothing to fancy, aber... Ey! Ist O eine Etage höher nochmal? Da ist... Erfahrungsflächen. Erfahrungen brauchen immer. Ja, warte, die nerven hier. Ey! Funktioniert die Falle von... Äh, von Tim im Nether? Ey, im End. Stimmt, die funktioniert. Stimmt gut. Funktioniert gut. Geh hoch, eine Etage höher. So ist es gut. Na, wenn du das sagst. Oh mein Gott, das sind voll viele. Ey! Ja, weil die ganzen gesponsert war, die... Spon ich. Ey, was ist los für euch? Schuhe mal was Leckeres. Hä? Schuhe mal was Leckeres. Lecker schmeckt. Meine Schwingen. Fühl dich wie zu Hause. Ey, hört doch auf hier. Chilt doch mal eure Basis, Leute. Chilly, milly, 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 milly. Oh, immer noch keine guten Essenzen. So etwas macht mich traurig. So etwas macht mich traurig. Droppt der Boss auch was, Simon? Ich hab was Schönes, ja. Ich hab was Schönes in der Kühlschrank gefunden. Oh, lecker. Willst du was haben? Ja, sehr gerne. Du musst es mir aber aufmachen, glaube ich. Das ist ein Product Placement. Kinder... Heute, liebe Kinder, lernen wir, was dein Product Placement ist. Die Firma Kinder gibt uns ganz viel Geld dafür, dass wir das hier zeigen. Vielen Dank, Kinder, dass dieses Pinguin, das schmeckt so lecker. Oh, mein Lieblingsessen. Das schmeckt... Yum, yum, yum. Oh, und auch so nachhaltig. Ja, gar nicht ungesund. Glaubt uns. Mh, lecker, schmecker. Mh, ho, ja. Mh. Kinder Pinguin. Kinder Pinguin. Kauf das jetzt. Manchmal kaufe ich aber auch Milchschnitte. Man braucht immer Abwechslung. Hauptsache die Firma Kinder. Ja, ich kaufe nur Kindersachen. Ich auch. Ich habe von Kindern genäht. Und weißt du, warum das Kinder ist? Nee. Weil das Kinder zusammen mixen alles. Ja. Man muss ja auch die Jugend... Guck mal, ich kann mit einer Hand spielen, mit einer Hand essen. Aber nur, weil es von Kindern ist. Voll gut von Kindern, ne? Kinder, vielen Dank für dieses Doodle-Produkt. Dieses Produkt schmeckt 1a. Yum, yum, lecker. Den, wie viel Geld bekommst du dafür, dass du es zeigst? Mh. Eine kostenlose Packung in der Woche. Kommt immer mit der Post. So vergammelt an. Hey. Was ist denn los? Du reißt dauernd meinen Ton raus. Na du. Mh. Ich weiß, die hört dann nichts mehr. Tenna ist Röhgerät, tenna. Ja, damit ich euch besser hören kann. Ich habe mein Headset dabei. Der wird dann mit meinem Headset so aussehen. Oh. Ja, und das sieht total kacke aus. Deswegen benutze ich immer meine eigenen Dinger. Ich mag relativ ein Headset. Manche Leute sind Headset-Menschen, manche nicht. Ich trage nicht so gerne zum Kopf. Seid ihr Headset-Menschen? Schreibt sie in die Kommentare. Esst ihr Kinder-Pinguinen, schreibt sie in die Kommentare. Dann geht es wieder hoch. Das habe ich gesehen. Oh ja. Wie ein Bild. Runtergegen, 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 komm schon. Oh, der hat verstört. Oh, nein. Beeilich, beeilich jetzt, beeilich jetzt. Oh, ein Riftblade. Oh, nee. Gold, OP-Äpfel. Geh zum nächsten Turm direkt. Warum immer ganz runter? Ja, sicher, sicher. Und die ganzen anderen Etagen, die gehen kaputt. Da waren so viele schöne Sachen. Ist das kein Untergrund-Tower? Äh, nee. Warum nicht? Ich möchte schon im Untergrund-Tower. Guck, ich bin fast tot. Warum bin ich fast tot, Simon? Stopp, Simon, ich bin fast tot. Ich rette dich. Ich bin, nein. Ich rette keine Sorge, keine Sorge, Herr Diktator. Ich würde niemals etwas tun, was ihre Gesundheit... Brauche ich nicht. Nicht den goldenen Opfeln verschwenden. Den brauchst du im KVP eh nicht mehr, weil der ist verboten geworden. Guck, jetzt bist du komplett geheilt. Außerdem ist das keine Verschwendung. Davon gibt es so viele. Es ist doch, ähm... Hast du dich diese Abstimmung gelesen in der Gruppe? Ich habe mit abgestimmt. Und? Ich habe dagegen gestimmt. Dass die auch verboten sind? Ich habe dafür gestimmt, dass die verboten sind. Ja. Wegen dir Spaß bin ich fast gestorben. Was soll denn das, Alter? Sieh mal, wo ist mein Schwert? Du hast gar nicht dafür. Natürlich. Du. Du, wie doof, Mann. Du, wie doof, Mann. Ja, jetzt. Oh, nein. Oh, schade. Man sieht da was. Ich verstehe nicht echt. Wie du die ganzen... Oh, nochmal. 5 Äpfel, schnell. Aber das war nicht die Super-OP-Äpfel. Nein, die haben nicht geglitzert. Jetzt drück mal E. Siehst du? Neun Stück. Das sind super-OP-Äpfel. Lecker. Siehst du? Aber ich möchte die coolen haben eigentlich. Geste. Äh, nee. Ich meine, ich möchte so coole... Diese Untergrund-Türme möchte ich eigentlich machen. Du wuchst ja eh gar nicht komplett durch. Du machst nur eine O-Ball und den Rest holst ja gar nicht. Ja, weil der Rest ja auch scheiße ist. Das sind so viele schöne Dinge. Nein, ich möchte aber... Oh, Pinguine ist ein Pinguin. Soll ich den stopfen oder soll ich den kuscheln? Soll ich den stopfen oder soll ich den kuscheln? Kuscheln. Guck mal, er ist böse, ne? Lass mich mal von dem töten. Hey. Der macht doch ganz schön viel Schaden. Halt das Herz. Hey. Komm, mir aufgegeben. Hey. Hey. Das wird mir jetzt so... Brauchst du dich? Oh, ich würde krass sagen, traust du dich jetzt einfach auf Toilette zu gehen? Ne. Kein Bock. Ich will da Schwerter machen. Da ist eine Burg. Burg machen, meine ich. Da gibt es auch viele Essenzen. Da gibt es viele Essenzen, ja. Ja, eben. Und ich will ja Essenzen mal. Warum mache ich nie? Wofür nehme ich dir diese Strapazen auf mich? Um viele Essenzen zu bekommen. Bekommt man die auch von den einfachen, oder soll ich lieber direkt zum Boss gehen? Von allen. Von den Leuten schiebt man die. Oh, die sind aber voll nervig, ne? Ne. Ich nicht? Voll sweet sind die. Aber findest du? Voll die sweeten Boys. Ich muss aber erstmal ein Schädel so ein bisschen hier reinpacken. In deinen Spiegelrucksack. Du bist echt so ein... Genau so jemand bin ich. Ich habe viele Emeralds. Ich habe das auch alles so unnötig. Und ich muss ein bisschen Schädel wegwerfen. Das zum Beispiel. Oh, ich die Idee. Bah. Das Königreich muss gut duften. Dann würde ich mir scheißigern. Und so viele Schwerter, ekelhaft. Ich habe einen Schnurrbart. So. Alles klar? Herr Pirat. So. Guck mal, Sniper. Oh, das ist doch voll nervig, wenn die halt immer durch den Eingang gekommen sind. Ah! Don't shoot at me, bro. Hört doch auf. Oh, Mann. Warum leben wir nicht alle in Frieden und Harmonie? Ist das echt cool hier? Ja, also da kriegst du auf jeden Fall es hättest du da. Was ist das für eine Burg? Das ist noch eine große Burg. Ziemlich cooler als die hier? Das ist cooler, ja. Soll ich wechseln? Ja. Okay. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihr Spasten. Soll ich nicht den Boss wenigstens hier noch töten? Kannst du machen. Tu eh noch was. Noch was? Nee, herr'n'n'n'n'n'. Von was bekommen wir denn alles Geld? Jetzt bin ich aber gespannt. Mein Handy? Achso. Da kann ich twittern. Das King John Dana erfolgreiche Beutelzüge macht. Oder Instagramen. Ah! Die machen mir mal schwarze Herzen. Nee, das machst du selber mit deinem Bogen. Nein, dir auch. Nee. Sicher? Also, doch kann auch sein. Guck mal, die heilen sich gegenseitig, die Spasten. Echt? Ja. Wow! Wow! Ich dachte jetzt, ich sterbe. Das waren nur die extra Herzen, die fast weg waren. Trotzdem voll die nervigen, ey. Guck mal, der ist die Spinnendinger. Weil er sonst nix kann. Der Spasti. Was hab ich denn für Essenzen? Ich bekomme drei Papier von denen. Sieh mal, ich hab gar keine einzige gute Essenz bisher bekommen. Weil die anderen Essenzen interessieren mich nicht. Ja, ist ja gut, ist ja. Ihr Spasten, Alter. Ey. Ey. Geh doch weg hier. Lass mich einfach in Ruhe. Sieh mal, ich glaub, das bringt nichts, wenn du... Ach, du machst grad ein Foto, Säschchen. Ja, ja. Immer diese Instagramer. Sowas mach ich nicht. Nein, nein. Sieh mal, wo wohnt denn hier der Boss? Ich möchte nur zum Verdammten... Oh, jetzt hab ich mich wieder selbst angezündet. Oh Mann, das war dumm. Oh mein Gott, ich bin auf dem privaten Schlisch. Also, ich geh ja schon. Chill, doch mal eure Basis. Was nimmst du grad auf? Da oben drauf? Na, was nimmst du grad auf? Ist das ein Video? Ne. Was nimmst du grad auf? Minecraft Hero. Ich baum mich jetzt hier rein, Alter. Alter! Oh, guck mal, das ist Redstone. Das mach ich kaputt. Ich verstehe das überhaupt nicht, wie das wieder funktioniert. Hä? Ach, man muss gedrückt halten, ne? Ja, du Depp. War kein Video. War kein Video. Du Depp. Jetzt mach ich ein Foto. Aber nicht jetzt. Sieh mal, du bist neu im Internet, ne? Sieh mal, du bist neu im Internet. Im Interwebs. Was ist denn das hier? Das ist, damit, äh, das ist so ein Leuchtturm. Ach so, oh, hab ich kaputt gemacht. Ja. Sind jetzt böse auf mich? Nee. Oh, ein Feuerstab und ein Umsichtheitsumhang. Das ist ein richtiges Schatzkammer, den du gefunden hast. Aber das ist null Sekunden remaining. Der ist kaputt schon. Nee. Möchte ich jetzt anziehen? Ja, du kannst ja aufladen mit irgendwas. Clock of Distortion. Hä? Ich weiß es nicht. Wie funktioniert der? Falls der noch funktioniert, schreiß mir mal bitte. Ach so, consumes Ender Pals, falls du charge. Ja. Ach so, das ist ja nice. Das ist ja cool. Den behalte ich. Das ist ja was. Vorsicht! Wo? Nein, ich pass. Tsch. Tsch, ich sag Christ. Oh, ich hab Bomben gefunden. Richtig krass. Ich hab Bomben gefunden. Bombe. Richtig krass. Bombe. Oh, noch eine Bombe. Oha, kaputt. Gegenanggediener. Wee! Was himmst grad auf? Kinganggediener sprengt alles in die Luft bei Hero. Das war zu lang. Fail, Simon. Voll witzig. Ich hab alles kaputt gemacht. Ich hab ein Electric Stuff gefunden, immerhin. Ein Wind Stuff? Ja. Simon, was macht man mit dem anderen Stuff Stuff? Ich weiß nicht. Nimmt man, ähm, nimmt man, ähm, Simon ist so blöd Instagram aufzunehmen. Nimm man Instagram. Doch. Nimm man Instagram. Wie du es auch so hochkant auf oder so quer? Wie du möchtest. Das ist quadratisch. Quadratisch praktisch gut. Nee, aber das sieht so komisch aus. So hochkant. Hast du was falsch gemacht, jemand? Zeig das mal. Das ist falsch. Das ist echt falsch. So ist es richtig. Warte mal. Mann. Ey, du Spasti. Guck mal, ich kann dich einfach wegmachen. Tschui. Ui, ui, ui. Du fliegst weg. Du fliegst weg. Ha, ha. Ho, ho. Wui. Guck mal, du kommst nicht an mich ran. Du kommst nicht an mich. Ich hab ihn getötet mit dem Wind Stuff und ich hab die Items weggeschleudert. Der Wind Stuff ist richtig krass, ne? Naja, geht so. Schon krass. Nee, ich find ihn ziemlich lämig. Ich werf ihn jetzt weg. Okay. Aber wo ist der Boss? Ja, weiß ich nicht. He's hiding in the bushes. Äh. I don't know. Ich war hier oben und der war nicht. Da ist auch noch eine große Burg. Ja, ich weiß. Da ist er oben drauf wahrscheinlich, ne? Ja. Nee, also so, ja. So genau, in so einem Tower von einem von den Towern. Aber hier sind keine mehr, oder? Hier sind keine Gegner mehr. Hier war schon jemand. Oder? Nö. Oh, hier sind richtig gute Sachen drin. Ich nehm die auch nochmal mit hier. Ja klar, hast du mehr Sachen zum noch mitnehmen. Die, die, guck mal, jetzt kannst du alles in den grünen Rucksack tun, was du hast. Gern, Paul, das ist gefährlich, das nehm ich mit. Du kannst alles, was du hast in den grünen Rucksack tun. Ja, ich weiß. Guck mal, Aluminium hab ich noch. Viele Goldblöcke. Oh, Eye of Ender. Guck, Schatz, Boynie. Richtig dicke Beute. Geht so. Und noch ne große Tasche. Hm, Boynie. Hä, doch. Na gut, die hat schwarz, ich stehe den grünen weg. Hä, nein, du nimm den grünen auch mit. Du kannst alles, was du dabei hast, in den Taschen tun. Aber I don't want so many Tasches. Pass auf. Du nimmst irgendeine Scheiße mit, aber so ne Tasche, die nur einen Platz voraus, wo du andere Sachen reintun kannst, nimmst du dich mit. Das sind immerhin Redstone-Lampen. Die kannst du in die Tasche reintun. Nein, das geht nicht. Dann geht's kaputt. Nein. Dann ist alles verloren. Ich will alles für in die Tasche mitnehmen. Wer weiß. Ich hasse einfach das mit dem Sortieren immer. Guck mal, ich hasse das mit dem Sortieren. Das ist so nervig. Wo hast du überhaupt mit Sortieren? Wir drücken was. Drücken wir mal auf dem Item drauf jetzt. Ja. Wie hast du das gemacht? Shift und Leer-Taste. Ja, ist ja alles drin. Kannst du die Sachen rausholen, die du nicht mehr drin haben willst. Wieso ist das drin und das hier nicht? Keine Ahnung. I don't know, like, now, yes, you man, oh, oh, oh. Ich hasse die Dinger. Du hast sie rausgeworfen einfach. Nein. Alles gut. Du hast sie gerade rausgeworfen. Simon, du bist echt merkwürdig. Ich verstehe diese sinnvollsten Sachen nicht. So. Hallo, Boss, du kannst du mich hören. Du darfst mich nicht beim Chat hängt hören. Ja, gute Infos, die da gibst. Mein Tagsablauf ist sehr klein, denn ich bin, bin, bin. In welche Richtung geht es jetzt weiter? Andere. Das ist noch eine Burg daneben. Yolo. Die Burg sind scheiße. Das ist der Untergrundturm. Ja, das will ich machen. Der hier? Nee, links. Glaube ich. Grafschaukurs rein. Ich will Untergrundturm hier machen. Deswegen, weil da gibt es auch viele Sachen, oder? Ja, gibt es die Weltwürste. Nee, ist kein Untergrundturm. Nee, ist einfach nur so eine Ruine. Ekelhaft. Schade. Ekelhaft, das mag ich nicht. Hm. Dann suche ich hier weiter. Irgendwo wird es ja wohl gute Sachen geben. Muh. Muh, 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 muh. Tchum. Schade, dass ich nicht meine Wirbelwind-Boots anhabe. Das ist mir auf Eis mega krass schnell. Guck mal, da haben sie aber schon was kaputt gemacht. Da war schon jemand, ja. Aber da war nicht daneben. Warum machen die das nicht? Sehe ich nicht. Mal gucken. Den Turm, den schaffst du. Hey! Du Spasti, geh runter! Ha! Komm her, komm her, komm her, hey! Aber ich schaff das nicht, sieh mal. Der ist jetzt tot. Hey! Keine Paparazzi-Hilfe! Was, was, was? Ha! Oha! Oha! Mann! Das war eine gute Aufnahme, darauf habe ich gewartet. Jetzt hat er die Sachen weggesprengt. Und jetzt schön eine Fäde draufsetzen. Gumm. Ich habe so viele Schwerter bekommen. Oh mein. Ich habe noch eine Fäde. Nochmal leise. So. Ich will ja nicht beim Chatten stöhnen. Hallo Welt, kannst du? Ich habe keine Pfeile mehr. Oh, ich hau hier ab, kein Bock mehr. Du hast die Pfeile in den Rucksack reingetan. Du hast die reingetan. Ja. Passiert schon mal. Du hast auch mein Essen reingetan, deswegen sterbe ich gerade. Alles wegen mir. Kall gemacht. So, das kleine schöne Bild, den könnt ihr, wenn ihr sehen wollt, wie die das Aufnahmen so aussehen, dann könnt ihr das auf Instagram gucken. Hilfe. Wähle ein Titelbild. Ha! So. Ich brauche was Leckeres zu essen, so erstmal. Nach dem ganzen Stress hier. Bleh. So, lecker, lecker schmecker. Und jetzt geht es erstmal weiter hier. In welche Richtung auch immer es uns verschlagen wird. Ich lache immer weiter, immer höher, immer schneller, immer toller, immer weiter. Und es macht mir so viel Spaß. Und es geht so weiter fort. Oh ja. Ich sterbe. Sieh, Mann, ich sterbe. Ich glaube, ich muss die Aufnahmen wenden, sonst sterbe ich noch. Nein, nein. Lass das mal. Lass das mal. Hör mal auf zu sterben jetzt. Reicht jetzt. Aber wenn ich sonst sterbe, weiß ich ja nicht. Nee, nee, reicht jetzt. Oh, ich bin im Kreis gegangen. Ich bin wirklich im Kreis gegangen. Ich darf nicht im Kreis gehen. Oh, was soll ich machen, Simon? Ich war noch nicht so erfolgreich bisher. War schon ganz okay. Nee, aber ich habe mehr Flugstäbe verloren als neue dazu bekommen. Das stimmt natürlich auch, weil du vielleicht ein bisschen mehr von diesen kleinen... Ist das ein Untergrundturm? Ein Untergrundturm. Den mache ich in der nächsten Folge. Ja, krass. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Jungs. Ich gehe jetzt sterben. Ein Untergrundturm. Und wir nehmen jetzt auch eine Folge für Simon auf. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Link zu ihm ist unten in der Beschreibung. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und hat den einen bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und... Schönes Bild. Da, habe ich gepostet jetzt. King-Junge, den er eskaliert. Also ich würde mir auf jeden Fall mal auf Instagram von Ungespielt vorbeischauen. Kann ich das angucken? Wie denn? Ja, da drücken. Passiert aber nichts. Wahrscheinlich... Er hat einen Screenshot von dem Video gepostet. Nee, oder? Nee. Doch, jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.